Unser kleiner Freund ist zurück. Der hat jetzt hier ein absolutes Festessen. Zack und da schnappt er sich eine Termite und so sieht das dann aus. Oh jetzt kriegt er Stress. Jetzt hat er ein Problem. Oh die nächste hat er schon. Und wegschnappuliert. Und noch eine. Ja der Kleine sieht aus wie ein Leopard Gecko aus. Vielleicht ein anderer. Ja stopp 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 stopp. Na ist er noch da? Ja er ist wieder raus gekommen. Zack. Next one. Es ist zu dark. Oh nichts. Big barbeque für ihn. Aber er ist sehr über das. Ja. Ach shit. Na gut. Ok. Er kommt sicher gleich wieder raus. Wir haben ihn ja jetzt gefilmt. Ein bisschen hat es nachgelassen. Ne doch nicht ganz. Da hinten ist noch Termiten Party. Oh Gott. Gut. Dann gehen wir mal zurück in den Raum. Machen die Kamera aus. Und genießen unser Leben. Und guckt euch das hier an. Das ist alles voller Termitenflügel. Das ist unglaublich. Und ich habe selbst hier Termiten auf dem Arm. Alles voller Termiten. Ich will ja nicht sagen dass das eine Plage ist. Aber ein bisschen nervt es schon. Hier guckt euch das an. Unglaublich. Alles voller Termiten. Und Ian sagt Skorpione kommen heute auch massig raus. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Let me stay. Okay. Good night.